Hallo Hockey-Deutschland, mein Name ist Christopher Wesley, ich bin Mitglied der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft und lebe in Nürnberg. Diese Videobotschaft geht vor allem nach Nürnberg und Erlangen, an die vier Hockey-Vereine, die wir hier haben, und zwar an den CRM, die HGN, den TBE aus Erlangen und an meinen Verein, den Nürnberger Hockey- und Tennisclub. Es geht um das Projekt Ecke Schuss Gold, das ist ein Dokumentarfilm über die deutsche Hockey-Nationalmannschaft über das letzte Jahr und über dieses Jahr. Vor allem ist natürlich dieses Jahr interessant, weil es um die Olympischen Spiele 2016 in Rio geht. Viel Geld wurde schon eingenommen, es fehlt jedoch noch ein bisschen was. Es ist nur noch wenig Zeit, weniger als zehn Tage, dann ist die Deadline. Viel ist nicht mehr zu sagen, kauft eine DVD, das Geld wird wirklich benötigt und ich denke, das wird ein ganz cooler Dokumentarfilm über uns, die Hockey-Nationalmannschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.